So, hallo und willkommen zurück zu Terraria mit dem Jan in Team und mir. Und Jan war kack und hat mich runtergeschubst. Das war ne Fledermost, ich kann nicht mehr nicht mehr schubsen. Du kannst das. Los, komm, dann haben wir gesagt, wir krepieren jetzt alle. Also Jan hat sich sterben lassen, dass wir alle besser untergehen. Corruption. Ja, warte, ich bin mitkommen in die Corruption. Ey, wir wollten doch alle wieder runtergehen, ihr Gullymuggel. Ja, Jan geht jetzt Corruption, dann komm ich mit. Okay. Und schon wieder mal. Jan, dann warte auch mal kurz. Habt ihr denn schon irgendwas gefarmt, was man gebrauchen könnte? Ja, Bomben haben wir sieben Stück, ich zumindest nicht. Ich hab eine TNT und ein paar Bomben. Ja, und läuft Jan. Ach, ein wildes Jan. Okay, ich mach den Pussy-Mode. Wegrennen. Dom, helf mir. Dom hat einen in der Luft getroffen. Du kannst sie anzünden. Ja, die kriegen aber nur ein Damage. Ich bin schon in der Corruption. Ja, da sind wir alle schon. ich hab's überlebt ich bin so gut wie tot ja warum ist mag wir immer nicht ich stecke nicht mit den branddingern wenn er noch mal ich bin auch fast er kommt nicht mehr der wurm ist so und hat leute ja du standst gerade in so einem ding drinnen wer werfen ja ja ich habe ja richtig weil er ist eine stern schnuppe drin gelandet wir krepieren jetzt hier bitte nein 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 du schaffst das doch das schaffen wir ja aber ich glaube kapiert jetzt auch hier nicht notfall punkte ich mich hier noch mit irgendwas ein mich ist mein letztes ding mal hoch jahren ane ich habe ich gold ein gold ich habe genügend ich habe mir sparrdose kommt der da mehr sparrdose brauchen wir noch eine ja ich kann ja nicht auf eins zugreifen ich habe sowieso nur 7 silber war ja mein ganzes geld das klaut hat gerade eben habe ich gar nicht ich habe es nur ein gold kohlen ich habe mein zeug ich habe da alles voll nieder gemetzelt und dann kommt rein und schmeckt sich die ganzen dinge ab ja ich habe jetzt halt genügend geld für zwei ich hatte es halt zwei gold coins und habe ich halt die sparrdose gekauft das ist schon mal ein bisschen praktisch das ist schon mal ein bisschen praktisch ja das ist echt praktisch da liegt geld so das teil ist offen ernsthaft ja warum nicht dann wenn man die wo beschwören nein ja mal was kaputt was was hast du bekommen ahnung aber was voll cooles bekommt nicht das jetzt nicht die lustige den morgenstern oder ja ich bin jetzt doch schon eine in einem zu dritten springe ich auch noch so scheiß teil ist mir egal ob du warum kommt naja mein der morgen ist wirklich voll op der ist richtig gut damit nirgendwo dran heften team das ist du bewusst ja dann kommen wir hoch hier oben ist noch so ein kreis hier ich bin jetzt auch schon eine in einem echt ja aber wir kopieren jetzt alle ins denn ich habe ja das ist alles unter wasser ja und ich habe ich habe meine shurikans gerade alle weggeworfen aus versehen weil ich shift gedrückt habe ich habe ich habe ich habe ich habe mein klang mein ekelhorn ja das mal versuchen dass wir einfach zu töten wir schaffen uns ja okay das kommt zu unserem haus ja anders kommt jetzt zu unserem haus wenn wir beide sterben also haus ist ja ganz schnell corrupt ja ja lustig ist man sich stand die ganze zeit da drin und hat nix machen imo es hat sich gelohnt ja lasst wieder zu dommel gehen du kannst das viel nicht töten so früh da muss halt noch von uns hat vernünftige waffen weil kein waffenhändler da ist jetzt habe ich jetzt machen die man hat jetzt eine entfernung als der halbwegs entfernung dafür dürfen wir brauchen als einzige noch money also wir brauchen eine wohnung ja dann macht mal noch eine wohnung ja woraus denn gibt keine bäume ich habe damit aber es hat sich leben nicht noch ich lebe wieder ach so ja dann kommen hat ihn blau ach so bin ich noch nicht so ich gehe mal kommen ja kann es auch noch mit so stg krams halt mal die bild dann halt ne ich hatte irgendwo doch noch bomben gehabt was hat nämlich gerade aus meinem inventar rausgezogen ich habe jetzt absolut nichts explosives mehr aber das cliente hat gleichzeitig nämlich auch lustigerweise zerstört was gehst du holen holz für die etage für domeniks munition ja ich gehe auch holz sammeln kommt mit sollte man nicht sagen wenn man den ersten an sich können wir mal den ersten boss machen ja wer hat den wohnen das war der erste boss nein würde er so was wir beschworen haben mann ich meine leichter zu stellen macht doch nix das muss professionell sein weswegen ich jetzt auf kann stellen weg ja gleich sie wird dann habe ich auf dem handy ach so das liegt hier so professionell vor mir ja was das war nicht nicht die�를 типа ja diese Sri Mor zu kommen wir brauchen das ist auch praktisch es ist echt noch praktisch und die anderen die es nachher kommen alm hope sher Lind Shaun Lord sich eigentlich gar nicht mehr für das bei sich ja richtig es gibt die treuzelheiten wirklich so brauchen kann sie gut da ich die gegner mit magie töten kann droppen jetzt auch mal wo ich mag naja wir dürfen jetzt genug holz haben alle zusammen ja trotzdem braucht noch was für kampfplattformen und et cetera kampf hat zwar machen aus erde nein aus diesen durch 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 ja das ist wirklich voll praktisch ich hatte ja immer kann die auch in die karte fullscreen machen ja mit dem glaube ich ok ich glaube wir haben auf jeden fall ich habe 123 allein darauf kann man nur noch rum fliegen und gucken wo man schon war das kannst du auch so das ist voll geil da kannst du sehen wo wir schon über waren und was macht ich immer nach haus und bau die etage weißt du was uns ganz hinten entgangen ist an direkt an unserem spawn steht eine kiste ja gadget für fünf ich glaube das ist am besten für team weil es hat fünf ge erhöhtes bewegungstempo und drei nahkampftempo also ein bisschen stark schuldigkeit die fliegenden fische sind voll geil du meinst die kiste ist unser wasser ne wenn wollt du uns das vieh bauen Haben wir schon Dschungel gefunden? Na ja, ein AFK gehen ist nicht die beste Idee Bitte? AFK gehen ist nicht die beste Idee Ja, jetzt zeigst du, dass Mr.T schon auf dem Server ist Das ist korrekt, jetzt ist Mr.T weg Gut, jetzt ist Mr.T wieder da Und, also wer möchte es her mit Laufgeschwindigkeit? Dass man schneller laufen kann? Ja, 5% Und dasselbe was du hast? Ne, ich hab, dass ich insgesamt sehr schnell laufen kann Naja, dann hat die OP-Wolke Naja, ich hab die OP-Stiefel Also wer möchte jetzt, Bewegungsgeschwindigkeit? Ja, gibts Timo Der ist sogar noch schneller schlagen, irgendwie 3% drauf Hey, das ist weg Hä, das ist, wo ist denn das? Weg, hä? Hä? Das ist ernsthaft komplett aus meinem Inventar verschwunden Kranker Schieß Habt ihr jetzt schon die zweite Ebene gebaut? Äh, ne Ich craft noch kurz die ganzen Metalle zusammen, ne? Mach mal die Scheiße da weg Das ist voll verbuggt, dass das irgendwie nur dann mit dem einen Ding geht ые Ähm ... Das ist der Argument & Ja, amwesend Tubระ Eh, wo hättest du den Haken? Ich kann den aus Freeparsen bauen Aus Tupac? Dann bauen wir auch mal einen Yo, ja ich kann jetzt da irgendwie wyst nicht mehr, keine Ahnung wieso, ich kann das gerade eben, vielleicht haben wir nicht genügend Tupac Ich nehme alle Edelsteine raus, vielleicht geht's dann wieder So, mach mal einer die nächste Tarte drauf Warte Wir sollen mal die nächste fertig Ich hab doch noch einen Tupac haben Ich hab noch einen Tupac haben Hacken Dann mach mir mal so ne Kette, dass ich nicht mehr infallen kann Ich will auch mal irgendeinen item haben Okay, dann Domme Bitte Ach, jetzt brauchen wir noch die Dschungelsporen, naja, die findet man ja relativ einfach Timo, hast du Topasse? Ne, ich hab weder... ich hab 10 Domme, hast du noch welche? Ne, ne Ich glaube, wir brauchen nämlich 10 Tupac für einen... Wie heißt das? Für einen Haken Den Gruber haben sie aber auch verändert, ne? Ah ne, ist jetzt ein Tupac-Haken, deswegen sieht das anders aus Hm Ja, lass mal Dschungelsporen sammeln gehen, Jan Hä? Betreibt man nicht Nö Sollen wir nochmal in die Corruption? Ne, das ist eigentlich unnötig, lass eigentlich wieder unten in die Höhle gehen Das ist wie geil da An sich können wir mal eine erste ausmachen Wie wärs mal, wenn mal einer jetzt hier mit so ein Ding ins baut? Ja, warte, ich entledige mich noch kurz allen Sachen, die ich nicht mehr brauche Alles was ich hatte da Aber mich entledigen könnte ich natürlich auch mal Ich packe das einfach in irgendeine Kiste, wenn es das durchzutut Nein, das lässt du dein Was ist hier in der Kiste? Tränke, ne? Ne, die behalte ich alle Was ist da drin, Monster Drops? Äh, ne, in der Mitte ist Blöcke... Blöcke und Hintergrund Tagesblumensamen tue ich auch mal hier rein, sind ja auch Külze drin In das zweite, ja Einzmaragd hab ich noch Das ist schön Die kommt ganz oben links hin Äh, ich kann noch Zinn-Eisenbarren machen Sollte ich jedenfalls Ja, kann ich Mit ein bisschen... Kann ich irgendwie Zinn... einen Zinnhaken herstellen? Lol Ich hab noch 23 Eisenbarren, ey, die soll ich mal da rein tun Boah, macht jetzt einer die Oberetage, was soll ich die jetzt machen? Ich helfe dir gleich Äh, doch mal, guck mal Durchdringende Pfeile Unheiliger Pfeil Ja, mach so aus diesen... Wurmzähnen und so Ich guck erstmal, was Zinn kann Oh, Alter, du kannst hier einen Topaz-Stab machen Was, wie Topaz-Stab? Topaz-Stab? Was, was kann der? Da brauchst du 8x Topaz, der kann 16 magische Schaden Mit 5% krieg ich Trefferschance, sehr langsam Wie viel Topaz hast du? Ähm, nix Äh Zinnhelm Du hast doch alles gerade für die Haken verbaut Ja, komm Die Haken Hakenwatch, teilt die Zeit Wahrscheinlich gibt's jetzt von jedem Edelstein einen Stab oder so Ja, dann kannst du mir mal eine Eisenkette zuwerfen, dass ich aus meinem Menü rausgehen muss Eisenkette? Ja Ohne Kette Warte Ich glaub, die brauchst du gar nicht mehr Doch, doch, ich brauch die noch Ja, man kann sich Amethyst-Stab und so weitermachen Interessant Äh, dumme Man kann wieder das Laserschwert machen Ich brauch mal ne Eisenkette Äh, brauchst du nicht Ich brauch jetzt mal ne Eisenkette Wofür denn? Darum, weil ich was craften will Ich backe mal was fest Soll, man kann aufs Holzwänden wieder ein normales Holz machen? Ja, neuerdings Krass Uh, Feature Ja Heißt das ist die oberetage fertig? Ja Ja Muss nur noch eins ziehen Dank eurer großen Hilfe, ja Ja, sorry Das ist auch nicht angesehen Dommel Brauchst du jetzt noch die, äh, die Detailteile? Ja, die brauch ich noch Ja, die brauch ich noch Warte Äh, ja Hm, hab ich schon Ja Ja Falls wir nochmal 10 oder 15 Topas befinden Dann kriegt Timo zuerst Seinen, seinen, seinen Greifhaken Brauch keinen Greifhaken Ernsthaft nicht? Titten Kronleuchter Doch Aber besser wenn, äh Ernsthaft Dommel Wenn du mal Damage machst, oder? Ja Äh Ich mach schon schön viel Shout mit meinem lustigen Duper duper Megateil Ja, ich weiß nicht wieviel Damage du machst, deswegen Ich mach genügend Also ich mach 10 magischer Schaden Also sollen wir nochmal in die Höhle jetzt runter? Ja, wie lange geht denn die Aufnahme noch? Nach 5 Minuten Dann können wir eigentlich noch einmal in die Höhle und krepieren Wir haben den Waffenhändler Wir haben den Waffenhändler Wir haben den Waffenhändler Malik Malik Okay, wenn wir das schon mal haben Dann baue ich kurz noch so ein Bosskampfplattform Dann Wo ist denn Marek? Da ganz oben Der ist außerhalb des Hauses Malik Ist der auch da schon drin, ja? Ah, da Ja, das ist der Waffenhändler Marek Ist der nee Also Ich dachte zuerst der war schwarz Der ist schwarz Der ist schwarz Äh, doch mal brauchst du Steinschlosspistole Würde ich mir echt gerne kaufen, ey Wieviel kostet's? Fünf Gold Ne, ne Da kann man sich leisten Egal was wir machen Ich kann mir auch nur eine Kanonenkugel leisten Irgendwie Aber nicht Ich gebe gerade mein ganzes Geld für Munition aus So Also ich weiß was Ich habe 127 mit 20 Schuss Immer gütig Die brauchst aber später noch Ey, stehen bleiben Knuffig Oh Boah Ich stehe in die Piggybank damit Boah, alle Fische tot Erstmal knuffig Und dann BAM Alles tot Boah Ich hab schon 13 Fische, ey So, ich verkauf jetzt erstmal alles, was ich nicht mehr brauche Schäft Die Leuchtpistole könnte man eigentlich auch verkaufen Die bringt eigentlich gar nichts Leuchte ich eigentlich mit dem E-Kezepter? Ne, tue ich nicht Schade Die anbaut schon mal ne Oberplattform Ja, äh Wart mal für wen Amethyst brauchen wir doch Für das Auge Äh, Amethyst? Ja Brauche ich Habe ich Habe ich irgendwo in der Truhe reingelegt 4 Stücke oder so Wenn wir, also 15 Wenn wir Ein grüner Pils bringt irgendwie voll viel Bring zum grünen Farbstoff machen Wir verkaufen das nochmal nicht Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö die mini heißt auch gar nicht unnötig ja keine ahnung ich kann das spiel nicht so gut die mini heißt richtig op die mega heiße op die mini war schlecht die mini ist auch noch gut so ich kaufe der dommer du gehörst jetzt offiziell zugegeben zur was zur regen zum regen umhang gang ich habe gerade einen gefunden verkauft wir sind die erwiesen ich hasse dich ja ich hab so ein komisches dingens ja stimmt die man so eine epische rüstung an das kostet fünf gold hat mal einer ein gold ich habe ja schon gegeben oder 60 silber die kann ich eventuell sogar haben hier war so 80 silber ich habe mal 24 fehlt jetzt noch zu stein schloss oder was haben damit aber nicht wenn du in die salle gewehrteile kriegst du auch weil es dunkel ist kosten ganz 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 wenig ja sehr schnell ist die ist die steinschleuder denn die kannst du sogar später ich habe genügend dann geben mir mal 80 bitte bitte offen so zu so sozial zu sein und außerdem da mal da mal da mal mehr ich habe so viele fächer das ist kein scherz ich habe 20 fächer hat irgendwer linsen ja und ja ich weiß aber wir brauchen sechs stück ja also ist gut ich habe eine ok leg mal zusammen ja unten meine waren in der truhe wie gesagt ach so ach das sind meine die jetzt direkt wir brauchen 66 stück brauchen wir also noch vier soll jetzt in der pause fahren oder währenddessen also eben parte wirklich ja alles was wir machen wir haben auch noch eine minute ach so hallo was machte denn ich kaufe jetzt ganz viele shurikens und erst mal heilschrank aber ich habe gar kein geld mehr ich gehe jetzt ich gehe mal kurz hier wie heißt es und wie ist dein pistol die ist voll geil guck dir das mal an warte riesen ja die ist echt gut gut schieß aber am besten jetzt erstmal mit dem bogen du hast nicht als viel schuss ja das kostet ja nix die munition ich habe noch eine linse ist noch eine in der truhe gut also wir brauchen noch noch mal das doppelte also ganz viel augen vor allem voll schwer sind das ist nur ein auge dommer ja ja meine ich ja das erste augen ist der einfachste boss ja trotzdem voll schwer mädchen ist landet er ist ja schön los augen bei fuß kein rückstoß ich würde ich heute geht mir auch noch ein paar augen fahren reincode was kann das denn so besuchen gammeliger regentübe da weiß ich doch lieber mein eigenes ding ok oder kann man das gut verkaufen 2 silber geil zinn brauchen wir noch zinn meine schattenrüstung 60 silber wert der walze einfach die ist einfach viel zu gut dafür dass wir für den preis für sterbe und haken erstmal augenfarm gehen in der luft ich habe mindestens einmal 250 schuss ich die momentan mehr als die mo ja er kauft ihr mal am besten shurikens die sind gegen den ersten boss richtig ein richtig ich habe diese trimmige keule ja mit der sollte ja nicht kommt man noch mal maximal drei auf messer firma 250 ich habe gerade schon 500 allein in einem das ist mir neu auch gut ich wollte mir ja keine 500 schuss kaufen hast du ja jetzt bin ich natürlich so augenfarm ja augenfarm ich laufe ein bisschen wieviel dingens wir haben zeit schon aufgenommen wir sind durch auf wiedersehen u w Äh...